Guck mal, ich hab 18 Kompass... Komp... Komp... Kompasse. Kompasse. Erstmal das... Das heißt, er müsste 6 Kompasse... Pesse haben. Ich glaube, es heißt Kompesse, oder? Weil Pass... Pesse? Nein, Pass. Kompasse. Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part, um zu dem 20. Part von Minecraft Endergames. Wir haben 20 Runden durchgehalten. Mit dabei, der Torm. Hi. Und da ganz hinten mit dem Schweinchen-Skin, der aufmerksame HD, der es aber nicht hinbekommen hat, Tess. Auf den Tess-Server zu kommen. Wenn ihr dazu Fragen habt, Ja, die IP brauchst du jetzt nicht mehr zu sagen, ne? Dann guckt euch Tutorials an. Weil, wir können auch nicht mehr sagen. Sollen wir schon mal... Drückt einfach die Schleurung S, und dann öffnet sich ein kleines Fenster und dann könnt ihr das eingeben und fertig. Wenn die Folge rauskommt, haben wir eh schon den neuen TS, ne? Stimmt. Dann haben wir eine neue IP, oder? Ne, ich werde versuchen, die alte da drauf zu hauen. Mit Nitrado? Ohne Nitrado, natürlich. Ja, gut. Deswegen. Meine Schwester heißt Marie. Ja, dann... Dann, 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 dann... Das ist echt cool. Ich glaube, die ist ganz schön hässlich. Also, ich freu mich richtig für den. Mann, Alter, so richtig behindert. Ich hätte auch richtig gerne Schwester, die Marie heißt. Ich bin jetzt richtig neidisch auf den. Jo, Alter. Warum sind hier eigentlich keine Kisten? Ich bin auf so einer ewig großen... Da hinten ist er. Mann, fuck, Alter. Ich brauche Holz. Geh da hinten. Geil, Tobi. Geil. Die ENA Perle war perfekt. Ach, Mann. Ihr seid solche Wichserkisten, ey. Nein, jetzt habe ich den 15 Sekunden Leck. Hallo. Ja, ich habe nichts. Was soll ich denn sagen? Ja, ich habe auch nichts, weil ich mir nichts scruffen kann. Das ist viel bitterer, Rara. Ich kann gleich mit der Hand gegen die kämpfen. Ich habe einfach gar nichts. Ne, nichts. Keine Kisten gefunden. Oh, hier sind Kisten. Lol, Aufmerksamkeit hat einen getötet. Ja, zwei Dias. Na, Dias? Er ist Känguru. Okay, Tom, merkt ihr, Maurice Hai ist Känguru. Nicht Hai. Er ist kein Hai. Wie es der Name sagt. Er hat gecheatet. Weißt du, er wollte uns verarschen. Er wollte uns übel verarschen. Das war, das war hundertprozentig geplant. Deswegen hätte er sich einen neuen Minecraft-Account gemacht. Alter, ziehen Pfeile viel. Ohne Spaß, ich habe den Speedpuff, aber nicht wegen ihm. Wie geil. Ich kann den skillen. Joby, weißt du, dass man im April oder so seinen Namen ändern kann? Ja, weiß ich. Aber ich ändere mich nicht. Weißt du, was ich mache? Für einen Monat. Nee, Alter. Aber du kannst den, glaube ich, nicht dauerhaft immer so ändern. Nee, nee, einen Monat. Doch, man kann den auch dauerhaft ändern, aber nach... Hallo! Ach, ihr wollt mich echt verarschen? Das ist mein Holz weg. Aber nach einem Monat kann man ihn wieder umbenennen. Hinter dir! Töte ihn! Aufmerksamer! Er greift mich einfach an. So ein richtiger Arschloch. So ein richtiger Arschloch, ja. Nach einem Monat kann man seinen Namen wieder umbenennen. Wie nenntest du das denn? Ja, ich finde das auch... Wollen wir den dann ehrlich so nennen? Für einen Monat, oder? Ich muss gucken, wenn dadurch die Stats... Du musst mir dann sagen, ob die Stats und so behalten werden. Wenn nicht, dann lasse ich das. Ich möchte Ender Games. Ach, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich möchte das nicht umbenennen. Sonst mache ich einfach einen neuen Account. Auf dem wir alle drei dann spielen. Ja, und dann treiben wir den so richtig fett an die Schmerzen, ne? So sieht's aus. Ach, er hat sich richtig viel Zeugs reingezogen. Und ich... Ach, shit, ich bin ja ein Hai! Ich hatte das vergessen! Ah, du bist Hai? Danke. Ich hab gerade einen mit verzaubertem Diaschwert getötet. Ich leb ja eh nicht mehr. Hä, was? Ja, nee, ich war Hai, aber hab wie ein Zielsucher gekämpft. Hä, du hast wie ein Zielsucher gekämpft, oder? Ja. Wie ein Zielsucher. Halt an Land, ohne Rüstung. Ich hatte ein Diaschwert, der ein Goldschwert, aber dafür Rüstung. Ich dachte, kein Problem, bin Zielsucher. Aber ich weiß, wie gut er ist. Krieg mal zwei Hits direkt im Buff. Aber, ja, dem war nicht so. Sorry, Kumpel, aber du bist ein Noob. Warum, Alter? Das war doch der... Ne, ich wurde von Richard getötet. Vom guten alten Richard. Weißt du, guck mal, das ist so bitter, ne? Wenn du aufnimmst, dann fliege ich direkt raus, und wenn du nicht aufnimmst, dann gewinne ich die Runde. Bin ich traurig. Er trifft mich einfach nicht. LOL! Er ist doch so rumzulecken. Oder hab ich geleckt? Krass. Das war echt dumm, Tobi. Lass das doch sein. Tut mir leid. Bitte nicht schlafen. Du hast übrigens keinen Helm auf, ne? Ist halt schön, außerdem kommt einer von hinten. Der kommt doch nicht von hinten. Ist das... Okay, ich dachte, das wäre erst der Aufmerksamkeit. Ist das jetzt... Der jetzt ist der Aufmerksame wegen denen. Der hat ein ganzes Holzschwert. Und eine verzauberte Eisenrüstung. Ah, der hat auch ein Diaschwert, okay. Und Tobi? Hab ich... Ach, ne, ich hab keinen Helm, ne? Der hat dich getötet. Oh, man, Tobi, lass ohne Helm. Dann sieht man deinen Skin. Das ist dann so trollig. Äh, bei mir hab ich keinen Skin. Also zieh ich wieder den Müll auf. Mann. Das ist ärgerlich. Hä, Alter, warum leckt es denn so? Ernsthaft? Noch zu lenken, Minecraft? Äh, also... Internet. Ich weiß auch nicht, wie die das mit dem Namen ändern machen sollen. Wahrscheinlich wird der am Ende doch nicht geändert. Ja, ich hoffe mal nicht. Das hört sich irgendwie mega scheiße an. Also da werden richtig viele den Namen ändern. Das ist richtig traurig. Das fände ich irgendwie scheiße. So hat man jetzt mit Minecraft so... Ich sag mal eine feste Identität. Ja, keine Ahnung. Irgendwie... Also... Okay. Keiner heißt hier... Wenn... Wenn... Ja, keine Ahnung. Ich heiße Torben und... Für immer heiße ich jetzt Torben. Und das ist irgendwie... Ja. Ja. Aufmerksam mal, du hast mir ganzes Holz geklaut. GG. So ist das ja. Nee, der hört sich ja gar nicht. Aber ihr guckt vielleicht die Videos. Und auf der... Äh... In der 1.9 soll ein neuer Mob hinzugefügt werden, wahrscheinlich. Was denn für einer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich hoffe mal, höchstens so was kleines wie ein Endermite. Nee, ich glaube... Irgendwie... Also... Der hat irgendwie Andeutungen irgendwie auf... Einen anderen Vita gemacht, aber irgendwie... Oh nee, Alter, bitte. Irgendwie weiß ich das nicht so. Auf jeden Fall hat er getwittert. Einmal so ne... So ne... So ein Screenshot, wo einmal eine Vita-List ist. Darunter Another Vita. Und äh... Da drunter Timebiz... Der Screenshot überall gepostet ist. Und ähm... Und dann hat er hinterher nochmal getwittert, äh... Ich hasse es, Texturen zu machen. Und halt so ein leeres Texturen-Feld-Datei. Orm, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Doch, das ist echt wahr. So war ich jetzt... Was ist denn der Typ? Ach da! Boah, geil! Der hat aber viel Ausrüstung! Mein Gott, ich werde ihn bestimmt nicht tun hinten. Was ist das bitte? Wieso überlebt der? Guck mal, Torben. Spectator-Milch. Ja, stopp, lass ihn am Leben, Tobi. Gib ihm Sachen und dann macht ein faires Battle. Mann! Sag doch, ich töte ihn. Go, go. Du hättest dem einen Dia geben müssen. Hättest du das jetzt mir eher sagen müssen. Ich hab dir gesagt... Ich war ihn aber schon am Töten. Nein, du warst ihn schon am Töten? Ja. Du warst ihn schon am Töten? Ich dachte, du warst schon dabei, ihn zu töten. Er fragt einfach fair. Oh, er hat einen Goldaufel. Ich dachte, du warst schon dabei, ihn zu töten. Anstatt am Töten. Guck mal, ich hab 18 Kompasse. 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 Erstmal das... Das heißt, er müsste 6 Kompasse haben. Ich glaube, es heißt Kompasse, oder? Weil Pass, Pässe? Nein, Pass. Kompasse. Kompasse. Dann steht er, dann holen wir ihn jetzt noch eben weg. Kompasse. Ich treff nicht. Lol, Alter, wie der Pfeilflieb. Meiner fliegt manchmal... Manchmal fliegt meiner... Manchmal fliegt meiner seitwärts. Das ist richtig krass. Oh, die Händepferle war ja sneaky. Lol. Okay, das hätte ich zum Beispiel wieder nicht gemacht. Direkt aus 2 Blöcken Entfernung einen Bogen angespannt. Da hätte ich viel zu viel Angst. Ja, so macht das für die meisten. Wie viel hattest du noch? Ähm, voll. Ich hatte einen Goldapfel. Stark. Stark. Enderperle, 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 Enderperle. Ich glaube, das High-Kit ist scheiße. Okay, Leute. Wenn euch diese Folge trotzdem scheiße High-Kit gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und freut euch auf das nächste Video und abonniert uns und tschüss. Das ist eine Begrüßung, wie man sie von Tobi kennt. Torm P. Gar nicht nett. Torm P. Verpisst euch. Torm P. 2015. Ähm. Torm ist scheiße. Ist auch okay. Nächste Runde. Was redest du da? Oh, Leute. Sorry. Wir spenden mal die Aufnahmen, ne? Ciao. Oh. Oh. Das war's für heute.